Hallo liebe Appgefahrnutzer, wir befinden uns hier gerade im Great Big War Game dem Nachfolger vom Great Little War Game und wir möchten euch mal einen optischen Eindruck in das Spiel geben zum Little War Game gab es ja ein paar Kommentare, das Spiel will irgendwie nicht so toll sein das ist natürlich immer Geschmackssache, entweder man mag den Stil der App oder man mag ihn eben nicht und die Aufmachung des Spiels ist auf jeden Fall gelungen und das macht auch wirklich Spaß zu spielen wir sind hier gerade in der Kampagne drin, drittes oder viertes Level müsste das hier sein und haben jetzt hier auch schon unsere Arbeiter bzw. Aussperren, ein paar Panzer, jemand mit einer Bazooka und hier hinten ist unsere eigene Base, die wir natürlich beschützen müssen diese Objekte hier, die liefern uns Gold, was wir auch brauchen, um zum Beispiel neue Krieger auszubilden und in der Kampagne gibt es halt immer Missionen zu erfüllen und wir schauen einfach mal, wie wir jetzt hier rüber kommen man sieht schon, wie groß das Level ist und hier, das sind auch noch unsere, sehe ich gerade dass wir quasi von zwei Seiten angreifen können wie man sieht, haben die Angreifer hier entweder einen grünen oder einen roten Kreis oder beides zusammen das bedeutet, wenn man einen grünen Kreis hat, dann kann man sich nur bewegen hat man einen grünen und einen roten, kann man sich bewegen und schießen und wir fahren jetzt einfach mal hier mit dem Panzer nach vorne und sehen, wir können hier den schon angreifen und schießen den auch mal direkt ab der hat direkt 20% abgezogen, allerdings wehren die sich natürlich auch so, dass man halt darauf achten muss, dass am Ende zumindest man selbst überlebt wie man sieht, kann man hier auch diese, ja, diese Vorsprünge überwinden hier setzen wir nochmal so eine Granate und haben ihn auch komplett eliminiert direkt und fahren auch einfach mal mit unseren Panzern und unseren Soldaten mal hier noch ein Stück nach vorne wir können ihn mal hier zum Beispiel zum Pathet schicken und der hat jetzt wahrscheinlich, so wie es aussah, ein paar neue Waffen bzw. Munizierung bekommen hier gab es mal 250 Gold, das ist auch ganz gut und wenn man sieht, man kann nichts mehr machen, dann kann man natürlich den Zug abgeben aber auf der Seite haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit hier noch ein Stückchen vorzurücken, was wir auch mal machen das ist auch noch alles unser hier und sagen jetzt mal, okay, wir haben unseren Zug beendet jetzt soll doch mal bitte der Gegner machen und dann sieht man hier, was der Gegner macht fährt mit seinem Panzer vor, schießt uns ab wir wehren uns natürlich und dann kommt er mit dem nächsten angefahren und bewegt sich hier mal noch ein Stück nach hinten, weil er wahrscheinlich Angst hat und pro Zug sehen wir jetzt, dass wir dort oben halt Geld bekommen haben und das natürlich auch später einsetzen können wir schauen mal hier rein genau hier kann man nämlich ein paar Krieger ausbilden wenn wir zum Beispiel mal einen Sniper haben möchten das kostet 200 Gold investieren wir mal 200 Gold dann wird er hier produziert und wir können ihn auch steuern und auch mit benutzen wenn man jetzt zum Beispiel, okay, auch wenn ich auf den Sniper klicke dann sehe ich, klar, ich kann hier nichts angreifen, weil ich zu weit weg bin und werde jetzt erstmal hier einmal schießen bekommen natürlich eins zurück versuchen wir hier noch ein Stückchen vorzugehen und hier mal noch eine Granate zu werfen die recht effektiv ist und wie man sieht, hat man einen komplett zerschört und den anderen ein bisschen angefrackt und weiter geht's hier da gibt's natürlich wieder was zurück wir klicken mal hier auf das Fragezeichen, um zu sehen, was wir da bekommen und schicken mal noch die Bazooka vor ja, wir müssen noch einen vor sonst kommen wir nicht dran und wenn wir hier den Totenkopf schon sehen dann ist der Feind natürlich so gut wie eliminiert und der Sniper kann nicht mehr laufen, aber er kann auch laufen hier ihn hier können wir zum Beispiel mal hier rüber schicken, damit er da mal ein bisschen guckt okay, der kann jetzt nicht mehr weiter laufen den haben wir noch hier, den Panzer könnten wir einfach mal vorfahren lassen und ansonsten, hier unten könnten wir auch nochmal ach ne, das sind ja, wie ich sehe, nur Fahrzeuge womit wir Leute transportieren können das macht natürlich nicht so viel Sinn aber wir geben den Zug mal ab an den Gegner oh, das war jetzt natürlich ziemlich schlecht da hab ich gar nicht drauf geachtet, was da für eine Station steht und falls die Gegner nämlich unsere Base angreifen können wir mit einem Ingenieur das natürlich reparieren der zum Beispiel hier unten rechts steht der könnte zum Beispiel was reparieren wir schauen einfach mal nach hier oben dass wir mal irgendwie oder nehmen wir hier den Granatenmensch der ist ganz gut aber wie man sieht diese Station, die hier steht, die kriegt man kaum weg aber man sollte es natürlich versuchen dann haben wir jetzt hier wieder 5% Damage bekommen wir gehen mal einen vor und schießen mal auf ihn hier da ist er kaputt unseren Sniper holen wir mal ein bisschen nach vorne hier der ist nämlich ganz gut mit ihm kommen wir da hinten auch nicht an das Objekt aber wir könnten zum Beispiel nein, hier unten weitere Leute ausbilden wir nehmen mal hier noch einen ganz normalen Soldat schicken wir den mal nach vorne klug wäre natürlich auch wenn wir hier noch etwas ausbilden denn dann können wir nämlich hier unten auch die Fahrzeuge benutzen wir machen mal noch ein paar mehr ne den nicht wir nehmen mal noch einen ganz normalen Soldaten einmal laufen dann nehmen wir hier nochmal einen Sniper wir haben ja gerade ein bisschen Gold gehabt von daher können wir das auch benutzen ähm okay er kann nicht mehr laufen er nur noch ein Stückchen hier wir hätten natürlich hier noch ins Auto gesteigen können was jetzt vorbei ist aber das macht jetzt auch nichts wir schauen mal ob wir oben noch angreifen können wir schicken die zwei auch mal nach vorne der Sniper ist gerade gelaufen er auch ja dann sieht es jetzt so aus als wäre unser Zug damit beendet und wir lassen den Gegner wieder dran und ja das war natürlich wieder sehr intelligent von mir die direkt vor die Station dazu stellen die uns direkt eliminiert und jetzt wird hier unser Truck angegriffen der eigentlich gar nichts macht da sagen wir mal so das sieht natürlich jetzt nicht so gut aus für mich man sollte immer darauf achten möglichst schnell seine Einheiten nach zu produzieren damit man das beziehungsweise damit man das ja das Spiel gewinnt und jetzt sind wir wieder dran und haben insgesamt 800 Gold und können dann natürlich jetzt noch viele Einheiten wieder produzieren der Sniper kommt auch noch nicht dran wir gehen mal ein Stück vor und schauen mal ja man sieht hier der richtet jetzt hier nicht so viel Schaden an aber wir schießen einfach mal und schauen was wir hier unten mal noch machen können wir können zum Beispiel hier ins Fahrzeug steigen und dann mal hier nach vorne fahren und ihn mal wieder aufsteigen lassen und dann hier noch ein bisschen Schaden anrichten und können die Leute nach vorne ziehen der Sniper kommt auch noch irgendwo dran lassen ihn mal hier rumlaufen das sieht eigentlich ganz gut aus und er eliminiert wohl jetzt beide nein macht er nicht er eliminiert natürlich immer nur den den wir auch angeklickt haben ja wie gesagt das Spiel kann man so weiterspielen es ist sehr anspruchsvoll und auch langwierig was auf jeden Fall für den Preis für 2,39 ein guter Aspekt ist wir schauen noch mal kurz ins Menü und brechen hier nochmal ab ja und gehen mal hier in das Hauptmenü quasi rein hier gibt es halt die verschiedenen Play-Modi Spielmodi es gibt hier ein ja ein normaler Spielmodus in dem man gegen einen Computergegner antritt oder Pass & Play das bedeutet man spielt gegen einen Freund der das gleiche Spiel hat und kann sich dann zum Beispiel mit iPhone und iPad connecten man kann aber auch online spielen das ist aber ein asynchroner Asynchroner Multiplayer das bedeutet man macht einen Zug schickt dem Gegner dann die Nachricht ich habe einen Zug gemacht und dann soll er seinen Zug machen und das geht dann halt immer so weiter insgesamt auf jeden Fall gut gemacht ich denke mal über Get More Stuff kann man hier ein paar Items zukaufen mehr Gold und so weiter und wie ich sehe hier noch ein Map Pack noch ein Map Pack und auf jeden Fall definitiv ein gut gemachtes Spiel man muss das Spielprinzip mögen aber dann bekommt man mit Great Big War Game auf jeden Fall eine Empfehlung